Ja, Leute, da sind wir wieder. Wir haben alle restlichen Zeitssterne bekommen. Und gehen jetzt hier rein. Wow, wir haben einen Haufen Leben verloren. Auf und ab im Gruselhaus. Was für ein Scheibenkleisterreis. Bitte, Peach? Luigi, meinetwegen. Da ist doch ein Geist, ich sieht man... Oh, der ist draußen. I'm watching you. Hi. Ich kann ihn auch so verärgern. Ich gehe mal oben rum, weil untenrum scheint nix zu sein. Was ist das für ein Bild? Aha. Was ist denn da? Hä? Hä? Äh, you're serious? Das schaff ich niemals. Ich hab's geschafft. Fuck yeah. Also, ein Bild. Irgendwas sagt mir, dass da unten noch was ist. Komm, irgendwas sagt mir, dass unten was sein muss. Wow, nix. Okay, ich hab wenigstens noch einen Pilz als extra Power-Up, obwohl mir das null bringt. Aber, ah, how cares. Who cares? PB. Learn English. Learn. What is that? What is that? What is that? Was zum Henker? Was machen die? Ow. Are you kidding me? Hey. Hey. Are you cutting me? Cutting me. Cutting me. Haha. Do you understand? Cutting me. Äh. Hey, die können wenigstens nicht nach oben fliegen. Was? Hä? Irgendwas sagt mir, dass hier was sein müsste. Ein Stern. Ah. How dare you to... To hinterfragen, that me. Aha, noch einer. Bisschen Money. Money, money, money. It's so funny. In a rich man's world. Und was ist da oben? Oh. Okay. Eine Feuerblume. Oh. Bisschen mögen Feuerblume. Wow. Are you... Hä? Wo ist der hin? Ich werde dich ablenken. Ich werde dich ablenken. Lauf, Bibi. Lauf. Da ist ein One-Up. Will den One-Up haben. Da ist... Ha. Ein paar Flächen für One-Ups. Nein. Nein. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. What is this? Oh. Ich glaube aber, hier muss noch was sein. Ach. Irgendwas sagt mir, dass da oben was ist. Nö. Irgendwas sagt mir, dass da... Ah. Was ist? Äh. Da geht's weiter. Welle, Schawanisch. Willst du erstmal wissen, was da ist? Hä? Ein Fail. Ein Fail. Ein Fail. Oh. Oh. Ihr seid ja Börse. Ha. Ich bin gut. Ich bin gut. Ich... Denk immer alles nach, weil... Es schaut schon so suspicious aus, wenn's nach rechts auch noch geht. Gut, dass ich immer so sprechen muss. Ein Nicht-Let's-Player? Hätte es etwas schwieriger. Wow. Die Geister. Ah, man. Fake One-Up. Kann sein, dass... Hier irgendwas versteckt ist? Nö. Anscheinend nicht. Nicht, dass ich wüsste oder sehen tue. Tüten, tüten, tüten wollen. Tüten. Wow. PB. Du bist wirklich wahnsinnig. Komm schon. Was ist das mit der Couch? Ah. Was macht die? Hä? Das war jetzt nur reiner... Das war jetzt eigentlich nur... Wow. Ich hätte nie gedacht, dass ich recht hab damit. Wo ist da einer Stempel? Hallo, wo ist der Stempel? Mir fehlt der Stempel. Leute, mir fehlt der Stempel. Wo ist der Stempel? Hier ist schon das Ende. Wo ist der Stempel? Oi. No, you must be kidding. Hä? Service... Noch nicht vorbei? Hier? Ach, verdammescht. Ich glaub, ich schaff's schon nach oben noch. Ah, okay, gut. Ich hab eine gute Idee. Nein. PB. Du musst das schon schaffen. Fail. Ich weiß es nicht, wie oft ich gestorben bin, aber das muss ich natürlich alles nachzählen und so und so. Ich glaub, im letzten Level hab ich ja nichts übersprungen normalerweise. Sollte alles passen. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich den Stempel habe und ich werde natürlich alles mitzählen müssen, weil das ja so gesehen Offscreen ist, aber ja mit in der Aufnahme mit reinläuft, aber ich werd das rausschneiden und blablabibla, dass ihr nicht immer alle langweiligen Szenen nochmal sehen müsst. Also, Leute, bis gleich mit dem Schattempel. Da ist der Stempel. Das mit der Couch hat doch gesessen. Ich hab gedacht, gut, wenn mit der letzten Couch das irgendwie funktioniert hat und nach rechts irgendwas ging, dann heißt das, da muss auch was sein. Und was war? Da war er. Da war er. Der Schattempel. Okay, Leute, wir sehen uns gleich. Yes, Checkpoint. Hey, ho, Leute. Da sind wir wieder. Und ja, ihr seht keine goldene Flagge, das heißt, ich werd das wirklich Offscreen machen, weil noch einmal das Level jetzt in der Aufnahme zu machen, wäre unsinnig. Es gibt nichts Neues zu sehen. Ich hab ja den Stempel gefunden. Also, zuerst mal Checkpoint und dann gehen wir in die Rarer. schenke port heißt das pw schenke port Glocke, 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 Glocke alle One-Ups wieder? PV-Stell natürlich. Acht Ups bekommt man dadurch. Acht? Hä? Bekommt man nicht bei jedem ein Up? Ach, weil ich wahrscheinlich schon so nah dran war. Aber trotzdem, acht Ups. Yes, macht's mir nach, Leute. Wer ist der Beste? Schreibt's mir in den Videos. In den Kommentaren, wer ist der Beste? PV ist der Beste. Oh mein Gott, Hilfe. Ich würde dabei sterben. Welt 3. Toad. Also Captain Toad. Captain Toad und der geheimnisvolle See. Ah. Der geheimnisvolle See sein. Oh, du arme, sprachbehindertes Kind. Weißt du was? Wir sammeln die Sterne, damit du wieder normal reden kannst. Irgendwann mal. In Zukunft. Wattet da für ein Viech. Der... Was ist das für ein Viech? Los, lauf! Schneller! Lauf! Zum Glück kann er nicht untergehen. Ah, ein Pilz. Hä? Ah, das ist nur zusätzliche Punkte. Okay. Okay. Nach oben. Ja. Zeig mir bitte, wo der Kack ist. Oh, das wird etwas schwierig. Obwohl, nein wird's nicht. Hä? Wie kann ich das aktivieren? Hä? Ich kann ihm eine Münze entlocken. Das will ich aber nicht. Ah, okay, ich weiß wie. Gut. Denk mir schon. Wird jetzt etwas doof, aber wir schaffen das. Ich bin ja PB-Style und ich werde nicht versagen. Nein, ich werde nicht versagen. Ich muss hier runterfallen. Eine Ebene höher. Das Wasser ist auch gestiegen, aber... Hä? Wie komme ich jetzt dann da hin? Ach, ganz klar. So. He, 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 he. I'm an idiot. Wow, und ich habe nicht mal auf den Gegner aufgepasst. Now I'm an idiot. And now I'm a genius. Mama. 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 Hallo, hier kriegst du fünf dumme Sterne. Ich will meinen Sprachkurs haben. Jo, natürlich kriegst du den, aber irgendwann niemals schauen wann. Armes, sprachbehindertes Kind. Die Eltern müssen es hassen.